hallo und herzlich willkommen zum heutigen video heute soll es mal um das thema mondfotografie gehen wir haben aktuell abnehmenden mond und ich habe mir gedacht das wäre eigentlich der optimale zeitpunkt um mal ein paar schöne mondfotos zu erstellen und fotografieren werde ich hier mit diesem 300 millimeter objektiv ich weiß gar nicht genau wer davon der hersteller ist das habe ich mir irgendwann mal gebraucht für 50 euro auf ebay gekauft ich weiß nur dass es ein objektiv ist was man in den 80er 90ern verbreitet worden ist aber es hat eine sehr gute abbildungsleistung und hier habe ich jetzt die pentax k1 vollformat dran ich weiß nicht genau ob ich die jetzt zum fotografieren hernehmen werde oder eben die panasonic g81 bei der panasonic hätte ich halt den vorteil durch den crop factor 2 würde das 300 millimeter objektiv wie ein 600 millimeter objektiv wirken das heißt der mond würde also ungefähr doppelt so groß auf der sensorfläche abgebildet werden deshalb denke ich wahrscheinlich dass ich mit der panasonic fotografieren werde und ihr habt ja in meinem letzten video wo es um die nachtfotografie ging schon einmal das thema stacken kennen gelernt auch das werde ich mir heute wieder zum nutzen machen das heißt ich werde später mal ein foto zeigen wie der mond bei einer einzelaufnahme ausgesehen hat und dann werden wir gemeinsam mal ein bild stacken aus 10 12 15 bildern je nachdem wie viele gut geworden sind und dann schauen uns das ergebnis mal an fotografieren werde ich tatsächlich frei haben also ich könnte natürlich jetzt stativ aufbauen und alles aber das ist mir eine viel zu wilde geschichte weil der mond ist ein sehr helles objekt also da lande ich bei belichtungszeiten von vielleicht ein fünfhundertstel sekunde oder vielleicht sogar ein tausendstel je nachdem und das kann man noch recht gut frei anhalten auch mit so einem großen objektiv tatsächlich ich mache das meistens so ich halte das objektiv stabil unten fest drückt mir dann die kamera mehr oder weniger gegen das auge aber so dass es halt nicht verrutschen kann und wenn man dann den mond im visier hat kann man einfach wunderbar jedes mal auslösen und ich meine wir leben im digitalen zeitalter also wenn jetzt von von 50 aufnahmen 30 misslingen dann habe ich immer noch 20 fotos die gut sind und mit denen kann ich wunderbar arbeiten also wie gesagt das spart mir die arbeit das stativ aufzubauen alles auszurichten weil aus der hand ist das eine sache die ist innerhalb von einer minute komplett gegessen und dann habe ich mehr zeit um mir später die die bildbearbeitung um mich der bildbearbeitung zu widmen herrgott was für ein satz ok also ich warte darauf dass es dunkel wird es ist leicht bewölkt ich hoffe dass heute abend der mond schön zu sehen sein wird ich weiß nicht ob ich es schon gesagt habe wir haben abnehmenden mond das heißt wenn man den mond fotografieren möchte machen tatsächlich viele den fehler dass sie den vollmond fotografieren und da hat man das problem die krater sind dabei einfach gar nicht so schön zu sehen weil man sieht einfach eine helle weiße kugel und man erkennt zwar wo die krater sein könnten aber die kontraste kommen nicht scharf raus und bei zunehmendem mond halbmond abnehmenden mond hat man immer so kleine schatten sage ich mal an den krater und dadurch wird das ganze etwas plastischer also mehr 3d ist schwer zu erklären aber ihr werdet es nachher auf den fotos sehen wie gesagt spaß jetzt mal auf die dunkelheit und wir sehen uns dann gleich am pc wieder viel spaß vom heutigen video hier sehen wir jetzt meine aufnahme serie also insgesamt habe ich 84 fotos aufgenommen um später arbeiten zu können brauche ich vielleicht höchstens 15 vielleicht 20 maximal das heißt also ich suche mir jetzt hier von die 20 besten bilder aus bevor ich das mache öffne ich mir die einmal in photoshop damit ich da eine grundlegende entwicklung vornehmen kann also quasi die die erste entwicklungsstufe das ist jetzt ein forscher bild des ersten das mache ich mir jetzt etwas größer damit ich es besser sehen kann und suche mir jetzt erstmal ein bild aus was schon mal recht scharf ist also ihr seht es ist halt viel ausschuss dabei das ist aber egal die bilder die kann ich dann später löschen aber hier zwischendurch sind auch so bilder wie das hier das ist natürlich mega geworden weil hier sieht man jetzt schon die die krater richtig schön und hier nehme ich jetzt erst mal ein paar grundeinstellungen vor das ist halt dass das gleiche wie wir es immer machen bei der bildbearbeitung also die einstellung so vornehmen wie man sich das am ehesten wünscht ich erhebe ich habe auch die sättigung ein bisschen an die farbtemperatur da gehe ich etwas mehr ins gelbliche rein wichtig gesagt bei detail da können wir ruhig etwas nachschärfen bei der rauschreduzierung werde ich jetzt hier noch gar nichts machen denn das wird sich später von alleine erledigen beziehungsweise so das markiere ich mir erst mal alle und gehe auf einstellungen synchronisieren und wenn das geschafft ist hier ist alles markiert dann ok und das war es erstmal ich könnte die bilder jetzt öffnen aber das ist dann etwas umständlicher zum arbeiten deswegen gehe ich hier erst mal auf fertig und jetzt gehe ich hier auf datei skripten dateien in stapelladen das kennt ihr ja bereits von meinem letzten video wo wir auch schon die bilder gesteckt haben und hier machen wir das jetzt genauso das sind die bilder die ich bearbeitet habe und hier unten seht ihr jetzt diese xmp files das sind also die entwicklungseinstellungen das heißt jede entwicklungseinstellungs datei hier passt zu einem foto und wenn ich jetzt die fotos in den stapel lade dann werden diese einstellungen bereits angewendet wichtig ist auch jetzt dauert das ein bisschen so wichtig ist auch dass ihr hier den haken setzt quellbilder nach möglichkeit ausrichten denn der 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 montag hat sich ja bewegt und minimal hat er sich auch etwas gedreht und damit das danach ja wirklich übereinander passt nehmen wir hier quellbilder nach möglichkeit ausrichten jetzt gehen wir hier einfach auf ok und warten bis dass die bilder geladen sind das dauert eine ganze zeit lang wir sehen uns dann gleich wieder so die bilder sind jetzt alle geladen worden ich mache mir mal hier das fenster zu und ziehen wir mal die ebnen hier hin dass ihr das etwas besser sehen könnt und vergrößere mir jetzt erstmal das bild man sieht ja hier die krater die sind zwar schön zu erkennen aber sind recht unscharf und jetzt gehe ich einfach hin und fange von ganz oben an zu selektieren so die ersten bilder sind halt schrott und hier haben wir etwas richtig knackig scharf ist wenn ich das jetzt mal mit dem ersten vergleiche dann seht ihr schon sehr sehr gut den unterschied und jetzt ist es so die ersten drei bilder kann ich löschen das möchten wir behalten das geht eigentlich auch noch wobei man sieht aber auch hier achtet man hier auf den bereich hier sieht man schon dass das erste bild wesentlich schärfer war also nehmen wir das weg das ist wieder schön scharf also lösche ich das hier das behalten wir dann gehe ich auf das nächste und jetzt muss ich halt aussortieren bis dass ich ungefähr so 15 20 bilder habe die von der schärfe her schön zusammen passen das mache ich mal schnell und gleich geht es dann weiter so ich habe jetzt meine auswahl getroffen das sind ungefähr so 20 21 22 bilder die restlichen kann ich jetzt alle löschen und ich habe ja mit verschiedenen belichtungsstufen gearbeitet also belichtungszeiten und deswegen habe ich jetzt hier einige die etwas dunkler sind da kommen dann hier die krater besser raus und hier oben bei den bildern da kommen dann die krater hier direkt am rand besser raus jetzt ist es wichtig dass ich erstmal alle ebenen wieder einschalten dass die auch alle wieder zu sehen sind dann markiere ich alle ebenen und gehe erst jetzt hin und gehe in smart objekt konvertieren und die bearbeitung die ich jetzt an dem bild vornehme die wirkt sich eben auf alle ebenen aus also auf dieses gesamte und jetzt kann ich zum beispiel hingehen und noch mal in den kamera raw filter reingehen um vielleicht doch noch mal eine korrektur vorzunehmen was die grundeinstellungen betrifft oder auch die schärfe ihr seht die werte die wir vorhin eingestellt hatten die hat er jetzt übernommen und als neue grundwert eingestellt quasi jetzt gehe ich hier hin hebe auch den kontrast etwas an hole vielleicht noch etwas die struktur raus aber nur minimal hier beim klarheitsregler würde ich aufpassen weil da könnt ihr das ganze bild kaputt machen ihr seht zwar jetzt kommt die krater extrem gut raus aber das sieht halt nicht so schön aus ich gehe dann lieber sogar etwas in den negativen bereich aber auch nur minimal das passt die schärfe mache ich jetzt nichts mehr dran weil das haben wir ja schon bei der grundentwicklung vorgenommen das passt jetzt erstmal und jetzt haben wir das bild so weit wie es ist und jetzt gehe ich hin hier oben über ebene smart objekte stapelmodus und wähle hier wieder median das haben wir ja auch gemacht als wir beim letzten mal den Sternenhimmel bearbeitet haben und jetzt werdet ihr gleich den Unterschied sehen das dauert halt eine Zeit lang weil jetzt werden halt diese 15-20 Ebenen was es waren miteinander verrechnet und zack das war es es ist nichts mehr vom Bildrauschen zu sehen jetzt ist es natürlich so es ist durch dieses mediane verrechnen weil halt doch minimale Schwankungen bei den einzelnen Bildern waren etwas schärfe verloren gegangen aber ich meine schaut euch diese Krater hier an das ist ja immer noch beeindruckend jetzt könnte man halt entweder nochmal über Filter Kamera Rohrfilter gehen und das Bild noch ein letztes Mal bearbeiten ich besitze allerdings diese Nick Collection vielleicht sagt euch das was das ist ein Produkt von Google da sind verschiedene Filter Effekte drin und hier arbeite ich mit dem Color FX 5 oder Pro 5 wie der jetzt heißt Moment ich muss das nochmal abbrechen weil wir haben ja hier ein Smart Objekt und mit Smart Objekten tut sich die Nick Collection etwas schwer deswegen gehe ich hin kopiere mir das einmal dieses Smart Objekt erstelle eine neue leere Ebene markiere die beiden und drücke einmal STRG E weil in dem Moment hat sich dieses Smart Objekt mit dem angewendeten Smart Filter umgewandelt in eine ganz normale Ebene das ist also jetzt eine einzelne Datei und wenn ich jetzt hingehe auf Color FX 5 dann gibt es da auch keine Probleme ich mache mir das mal groß so das ist unser Mond und hier nehme ich den Detailextraktor weil ich schiebe das noch ein bisschen rüber dann seht ihr das vielleicht noch etwas besser so der Detailextraktor der ist halt dafür da noch mehr die Details rauszuarbeiten also ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt hier ist ein Schieberegler also so sah das Original aus und so sähe es jetzt im Nachhinein aus wenn die Details rausgearbeitet werden das ist mir persönlich schon etwas zu viel deswegen gehe ich hier hin reduziere das Ganze mal ein bisschen vielleicht auf einen Wert von so 10, 11, 12 irgendwas den Kontrast kann man hingegen etwas anheben und die Farbsättigung die mache ich auch etwas höher dann passt das wieder und jetzt schaut euch mal den Unterschied an alleine hier die Karte hier in dem rechten Bereich das ist natürlich gigantisch wie die da rausgearbeitet werden oder auch hier, hier fällt das auch sehr gut auf absolut beeindruckend man kann jetzt hier natürlich noch andere Filter anwenden da gehe ich vielleicht in einem anderen Video mal drauf ein was die Nick Collection alles an Filtern anbietet aber hier sollte es ja erstmal um den Mond gehen so das gefällt mir jetzt soweit schon sehr gut und ich finde das ist ein absolut beeindruckendes Bild also wenn man überlegt das ist mit einer Brennweite von 300mm aufgenommen worden und mit einer kleinen Micro Four Third Kamera finde ich sehr sehr stark und ich hatte euch ja gesagt, dass ihr solche Aufnahmen lieber machen solltet wenn zunehmender Mond ist oder abnehmender Mond und eben nicht Vollmond weil jetzt könnt ihr hier wunderbar die Karte erkennen dafür sieht man hier in dem Bereich kaum Krater und natürlich sind hier auch welche ich gehe jetzt einmal hin entwickle noch eine zweite Bilderserie die ich ein paar Tage später nochmal gemacht hatte da hatten wir also ich glaube Halbmond und dann werde ich euch gleich mal zeigen wie der Unterschied dann ist mit den Kratern hier in dem Bereich so das zweite Bild ist jetzt auch entwickelt beziehungsweise diese zweite Serie ich schiebe mir das jetzt mal hier rüber schauen dass das ungefähr der gleiche Bildausschnitt ist gut der Mond ist hier aus irgendwelchen Gründen ist der Mond ja etwas kleiner geworden ich weiß jetzt auch nicht genau warum aber jetzt schaut mal hier in diesem Bereich ihr seht ja hier diesen großen Krater und hier diesen Krater und hier daneben sieht man so gut wie nicht viel also hier unten deuten sich so ein paar Krater an und jetzt schauen wir mal auf die nächste Bilderserie und da sind eben genau diese Krater also hier unten ist der eine Krater hier oben der andere und schaut mal was hier noch an Kratern jetzt rausgekommen ist also das ist gigantisch und das liegt ganz einfach daran dass halt nicht Vollmond war beziehungsweise nicht die komplette Mondscheibe hell erleuchtet ist weil das überstrahlt einfach die ganzen Krater und wenn das Licht etwas seitlich fällt dann werfen diese Krater Schatten und dann sind die halt dementsprechend besser zu erkennen so und jetzt das waren jetzt also diese beiden Fotoserien die ich jetzt mal gemacht habe und damit ihr mal den Unterschied seht warum wir das überhaupt mit diesem Stacking gemacht haben ich glaube das hier war eines von den recht scharfen Bildern öffnen wir das mal schnell dann seht ihr da auch nochmal den Unterschied schauen wir ob das eines von den scharfen war ja genau hier sind also die Krater auch schön zu sehen jetzt gehen wir hier mal auf öffnen das ist jetzt also ein Einzelbild und auch das vergrößere ich mir jetzt mal das können wir mal hier unten wieder hinschieben und jetzt stellen wir die beiden Bilder mal direkt nebeneinander das war ja nicht das sondern das hier und jetzt schaut euch einfach mal den Unterschied an was zum einen die Details betrifft und zum anderen das Rauschverhalten also hier sieht man noch ganz viel gegrisselt und das haben wir durch dieses medianes Decken einfach wegbekommen es kommen viel mehr Details raus das Ganze wirkt viel, ich sag mal ruhiger und entspannter und nicht ganz so grisselig wie es halt hier ausschaut ja und genau aus dem Grund ist es halt gut wenn man eine größere Fotoserie aufnimmt und das Ganze dann steckt und ich denke warum man nicht bei Vollmond fotografieren sollte sondern halt lieber bei abnehmendem Mond Halbmond oder Neumund ja gut Neumund ist natürlich schmarrn weil dann sieht man gar nichts vom Mond aber achtet halt darauf dass eben kein Vollmond ist weil sonst macht ihr euch das eigentlich schöne Bild des Mondes kaputt und das Tolle beim Mond ist also bei der Astrofotografie generell ist es ja so es muss sternklarer Himmel sein es darf nicht zu warm sein, es sollte nicht zu kalt sein es muss sehr klar sein wenn man halt die Nebel oder Galaxien fotografieren will und der Mond der ist halt ein absolut total geeignetes Testobjekt weil man auch bei leichter Bewölkung fotografieren kann es gibt viel mehr Tage im Monat wo man halt überhaupt die Möglichkeit hat zu fotografieren bei der Astrofotografie ist es so also wenn man da wirklich professional einsteigen muss dann hat man im ganzen Jahr vielleicht 10-12 Tage die optimal geeignet sind alles zusammen vielleicht wenn man jeden Abend fotografieren könnte vielleicht 30 Tage ja und beim Mond ist es so da bieten sich schon fast ja keine Ahnung 200 Tage im Jahr an wo man den fotografieren könnte oder vielleicht auch nur 150 aber es gibt halt viel mehr Möglichkeiten dann ist der Mond zum einen auch meistens sehr hell also ab Halbmond kann man schon fast freihändig fotografieren bei zunehmendem Mond ist es etwas schwieriger da müsste man schon vom Stativ aus fotografieren aber wie gesagt die ganzen Fotos die habe ich ja jetzt freihand gemacht und ihr habt gesehen ich habe glaube ich 84 Fotos bei der ersten Serie gemacht konnte mir davon halt die 20 Besten raussuchen und der Rest der Woche halt gelöscht das ist ja jetzt kein Problem aber so kann man halt den Mond fotografieren so geht im Nachhinein die Bearbeitung und mich würde interessieren was haltet ihr von dem Bild also gefällt euch das oder ist euch das zu scharf oder würdet ihr eher sagen man müsste sogar noch mehr Details rausholen wie hat euch diese Bearbeitung gefallen und wie hat euch das ganze Video überhaupt gefallen falls es euch gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr ein Like da lasst vielleicht auch einfach mal einen Kommentar was ich demnächst fotografieren soll also ich werde natürlich weiterhin hier auch Photoshop Projekte zeigen und auch einige Sachen im Bereich Astrofotografie wie gesagt im Moment bietet sich das Wetter leider nicht dafür an und zum anderen stecken wir mitten im Umzug und Astrofotografie braucht wirklich Zeit also wenn ich jetzt dran denke die Andromeda Galaxie zu fotografieren dann dauert das ungefähr ja so etwa 4 Stunden, 5 Stunden je nachdem mit Aufbau, Abbau, das Aufnehmen und alles und ja wie gesagt die Zeit habe ich im Moment einfach nicht aber schreibt einfach mal in die Kommentare was ihr einfach sehen möchtet auch im Bereich der Bildbearbeitung da gibt es ja auch verschiedene andere Themen ich habe ja hier auf meinem Kanal zum Beispiel schon mal Schwarz-Weiß Bilder eingefärbt oder auch Tagaufnahmen in Nachtaufnahmen verwandelt ja und das würde ich dann halt bei den nächsten Photoshop Arbeiten dann mal zeigen in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin macht's gut Ciao Bis zum nächsten Mal